Und wir drehen mal hier eine Runde. Mal gucken, was die Früchte sagen. Los geht's. Los, komm, zuck mal. Das stimmt ja ja nicht. Heftig. Das ist ja wieder eine schwache Leistung hier. Wie so oft einmal nichts. Und wir drehen heute mal hier eine Runde. Mal gucken, ob wir ein paar Power Spinser gattern können. Das ist ja wieder eine Runde. Mal gucken, ob wir ein paar Power Spinser gattern können. Das bricht ja auch nicht hier das Ding. Echt jetzt? Dann gehen wir da gleich mal auf zwei. Na Wahnsinn. Einer. Wie süß. Hoch nisch die Scheide drinnen. Ganz große Klasse. Übel ey. So schnell sind 60 Glocken weg. Na einer. Mit selben Grün. Na geil. Und heute drehen wir mal hier eine Runde. Eine Runde Einsatz. Mal schauen, was das wird. Ach, schon geklaut. 40G00. Wenn alle wirklich auf jeden Fall kommen. Das hat 40G. Und nachdem. Das ist 40G. Das ist 40G. Das ist 40G. oh klau doch nicht immer zu menschen kriegen wir da doch nie voll ganz schön am mopsen ja 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 Los, schiebt nach. Sieben, oder Joker, komm. Oh, ist das ein Saubeutel, ey. Oh, ist das ein Saubeutel. Das soll nicht sein, ey. Dann kriegen wir mich voll, das Ding hier. Unmöglich. Oh, zwei Siebener, natürlich nicht. Das war es, so viel dazu. Und wir drehen mal hier in der Runde. Schauen wir mal, ob wir ein paar Power Spins kriegen. Starten wir mal mit einem Euro. Und 20, los geht's. Ach, das sind ja hier keine Power Spins. Das sind ja hier Super Spins. Na, da wollen wir mal gucken. Ob da was Supermäschen kommt. Na, wo sind sie denn? Hoppla hopp, ey. Ja, nun aber los, mal voll. Oh, ja, weiter, weiter, weiter. Ja, mach da zu. Ja, mach da zu. Oh, das ist schon weniger. Dann wechseln wir mal. Und heute gibt's mal hier eine Runde. Zwei Euro. Mal gucken, wie wir etwa kommen hier. Mal gucken, wie wir etwa kommen hier. Oh, das hauen ein paar Freispielerinnen hier. Na, du streng die mal ein bisschen an, ey. Oh, das hauen ein paar Freispielerinnen. Okay. So, nicht mal zwei, ein Händchen, die hab du wenigstens noch vernünftige, ok. Zartor 27. So, Freispiel hätten wir auch noch eine Art Tier. Dann gibt es heute wohl mal keine Freispieler. schade 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 und wir drehen mal hier eine runde 2 euro einsatz los was vernünftige brauchen wir wissen die ersten beiden walzen voll knapp daneben Boah, das sitzt doch nicht. Das war ja dann wohl mal nichts hier. Nö. Und wir tun es uns mal wieder an. Ein Ohr Einsatz. Oh, schon weg. Okay. Kommt ja ziemlich oft hier. Das ist ja eine schnelle Nummer hier. Tja. So schnell kann es gehen. Einmal nix. Wahnsinn ey. Oh, es dröscht zwei Jokerinnen hier. Ja. Geizkragen. Das Licht hat sich doch noch anders. Ja. Das Licht hat sich doch noch mal. Ja. Oh, es dröscht. Das Licht hat sich doch noch mal zu machen. Ai, 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 versenkt. Mach die Glocke voll, komm. Kein Sofort-Event, schade, 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 soviel dazu.